Die Bitsche, hier ist es eben durchgekommen. Vielen Dank, Feuerjunge. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Der Fart! Was soll das heißen? Sie können Weltmehrlein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich befehlern Sie! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verlacht! Bringt Sie mir Fahnenflucht! 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 Fahnenflucht!